So, herzlich willkommen zum 17. Let's Play, das Herz des Schatzlagerers. So, wenn ihr in den Hintergrund ein paar Vögel hören solltet, wir haben gerade Fenster offen und die zwitschern ziemlich laut da draußen. Es sieht so aus, als wäre dort oben ein Mechanismus. Hier, da ist eine Leiter. Wenn du mich hochhebst, komme ich vielleicht dran. Ach, komisch. Das sollen wir jetzt wieder machen. Warum hebst du uns nicht hoch? Das geht ja, die darf hoch mal nach oben. Gut, klettere weiter. Ja, man muss wieder Sims spielen, damit die da hochkommen. Guck mal auf den Rücken drauf. Das ist schwerer als du aussiehst. Kommst du dran? Sieht aus wie ein alter Flaschenzug. Da ist ein Seil. Ich versuche es zu dir runterzulassen. Ich sehe einen Tunnel. So kommen wir raus. Das hab ich mir gedacht. Das wäre schön, wenn es einfach wäre. Ruhig, Eddie. Ruhig. Was zum Teufel ist da draußen los? Hast du sie nicht gesehen? Oh nein. Oh Gott, nein. Oh. Das war's. Verdammt, was ist das? Wir sind tot. Wir sind alle tot. Ui. Diese Viehsch auch von dem Bunker. Ach, die. Die Mecken. Die sind schon im Klammern. Ui. Ui. Die sind ja geil aus. Falls wir hier nicht rauskommen, nur dass du es weißt. Ich hasse dich. Nicht jetzt, Lady. Wir sind zu uns. Die war leer, die Spritzen. Ja, na dann ist das. Ich habe mich die hier. Die Spritzen doll an. Jetzt ist ein bisschen schlimmer unterwegs. Das ist schon. Genau, er schießt und sitzt jetzt mal. Mist. Meist du muss noch mal im Arsch? Ja. Ich vermisse dich nicht. Oh, da kommt der noch im Arsch. Ja. Ja, das ist das, ob ich das schieße. Genau. Na, kommt noch was? Ja. Das war ja nicht. Na, woher dann? 3 ist dann ja. Auch heute hat sich versteckt. Oh, ich weiß, der Typ hat nun durch Munition. Das ist auch komisch. Ja, das ist immer so. Das ist immer so. Das können wir aber auch schon nicht spielen. staple. Ja, das ist immer so. Oh, Mann. Kommt mal mehr. Mann. 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 jetzt kommen noch mehr von denen nachdurch ja jetzt muss ich mit der kleinen wasser passen die ist schon wieder leer ich schwinge dich rüber festhalten nicht gut ja klar weil ich die falsche waffe hatte nicht rennen einfach nur wegrennen einfach nur wegrennen ja, guck mal was du für einen schönen Abstand hast dann wegrennen bei dich zusammenhalten ist klar dann kommst du mal näher ran weißt du wenn du wegrenn hast du jetzt zurück wegrennen da ist der bunker ich weiß nicht ich weiß es nicht hat ihr alles klar ok hier kommen sie bestimmt nicht durch oh doch hinterkram wo sind wir ich weiß nicht los das wird sie aufhalten aber nicht lange ich weiß nicht ich weiß nicht es ergibt keinen sinn wenn die Statue jetzt dort sein soll oh dann müssen wir genau darüber gewesen sein ich schätze damit kommen wir hoch wir haben wohl die Stromrechnung nicht bezahlt ich wette wenn wir es bis zum Generatorraum schaffen könnten wir den Strom wieder einschalten aber zuerst müssen wir hier rausfinden warte was machst du da was machst du da hier rausfinden nicht schlecht ok gehen wir nein du gehst alleine Cowboy was meinst du den Sprung schaffe ich einfach nicht ich lass dich auf keinen Fall hier allein mit den Viechern wir haben keine Wahl schalte den Strom ein und komm mich dann holen und dann verschwinden wir endlich ok mach schon ich bin gleich wieder da ja guck mal ob du schon ein neues Video hast ja tatsächlich dann ist es auch für dieses Video und bis zum nächsten Mal gut